Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher, wo wir immer noch auf der Suche nach unserer alten Freundin Yennefer von Vengaberg sind, nachdem wir ja nach den Ereignissen in Log Muin und mithilfe des Hexers Leto ihre Spur aufnehmen konnten. Obwohl das letztendlich höchstwahrscheinlich anscheinend überhaupt nicht nötig gewesen wäre, weil sie uns ja dann einen Brief geschrieben hat. Okay, Wesemir? Ja, Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Bis später, Wesemir. Setz dich wieder hin, Alter. Okay, ja, gut, du bist schon etwas älter und der älteren Generation soll man ja durchaus auch mal die eine oder andere Freiheit in ihrem Leben lassen. Aber hier einfach über die Tische zu latschen in einer öffentlichen Taverne, also das geht jetzt echt ein bisschen zu weit. Der Kater ruft. Hallo, werte Bauern. Ähm, wisst ihr vielleicht irgendwas? Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte das nicht. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Dialoge, Axi. Bei Optionen, die entsprechend markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Vielleicht mache ich das sogar. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kabert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Entschuldigung, ich, ähm, wir hätten doch einfach uns ganz normal unterhalten können, aber wenn ich hier mit so offener Weinsedigkeit, äh... Verschwinde! Wir reden nicht mit dir! Ja, ja, ist schon gut. Ihr habt mir alles gesagt, was ich wissen wollte. Hier hinten ist niemand, ne? Nein, da geht's dann nur nach draußen. Okay. Gucken wir mal weiter. Brauchst du sonst noch was? Magst du das Gesetz, Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird rekuriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf. Das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volkfest ermordet wurde. Jetzt, jetzt will ich nur Frieden. Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Wie ist dir an? Nehmen wir einfach mal ins Handelsmenü und schauen mal an, wie das Spiel das hier so handhabt und ob wir vielleicht tatsächlich den einen oder anderen nützlichen Gegenstand hier finden. Kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Doppelklicke auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Drücke Escape, um das Handelsfenster zu schließen. So, was hat der Händler denn hier so im Angebot? Finte, eine Gewinnkarte. Fraktion Neutral, Kartentyp Sonderkarte. Spezialfähigkeiten von Einheitenkarten. Finte. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder deiner Hand hinzuzufügen. Fraktion Nördliche Königreiche. Katapult, Kartentyp Einheit. Kampffreie Belagerung, Stärke 8. Enge Bindung. Lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Was haben wir hier? Blaue Streifen, Nördliche Königreiche. Nördliche Königreiche, Stärke 5, Fernkampf. Und Volltest. Nördliche Königreiche, Kartentyp Anführer. Der Anführer des Nordens. Entferne durch klirrende Kälte, strömender Regen und extrem dichter Nebel hervorgerufene Wettereffekte. Sollen wir uns diese Gwindkarten einfach mal alle kaufen? Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich habe vor, mich so ein bisschen mehr mit Gwind zu beschäftigen. Vor allem, weil es ja auch noch diese Witcher Tales oder Witcher's Tale, Thronebreaker oder wie auch immer das heißt, gibt. Das ja quasi für das separat veröffentlichte Gwindspiel von CD Projekt der Singleplayer-Modus ist und auch eine Story im Witcher-Universum hat, in der Geralt von Riva zwar nur eine Nebenrolle spielt, aber das steht auf jeden Fall auch noch auf meinem Plan. Das will ich über kurze lang auch spielen. Und da wäre es ja nicht verkehrt, wenn ich mich vorher zumindest mal rudimentär mit den Regeln des Spiels befassen würde, nicht wahr? Außerdem glaube ich nicht, dass Geld ein sonderlich großes Problem werden wird. Danke. Lebe wohl. So, weiter geht's. Du hast eine neue Gewinnkarte erhalten. Um sie dir anzusehen, öffnest du das Spielmenü und geh jetzt zum Kartensatzfenster. Gewinnkartensatz? Dann gucken wir doch mal. Willkommen im Kartensatzfenster. Gewinnspieler verwenden ihre eigenen, individuell zusammengestellten Kartensätze. In diesem Fenster kannst du deine Kartensätze verwalten. Du kannst für jede der vier Fraktionen, Nilfgaard, nördliche Königreiche, Monster und Scoia'tael einen Kartensatz zusammenstellen. Verwende eins und drei, um zwischen den Fraktionen zu wechseln. Zu jeder Fraktion gehören bestimmte einzigartige Karten, die einen bestimmten Spielstil begünstigen. Jede Fraktion hat außerdem einen Fraktionsvorteil. Nilfgaard gewinnt alle unentschiedenen Runden. Nördliche Königreiche erhalten nach jeder siegreichen Runde eine Extrakarte. Scoia'tael entscheiden, wer die Partie eröffnet und Monster behalten nach jeder Runde eine zufällig ausgewählte Karte auf dem Schlachtfeld. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Drücke X, um die Anführer zu sehen, die für die aktuell ausgewählte Fraktion verfügbar sind. Durch Anführerkarten. Drücke Eingabe, um die markierte Anführerkarte auszuwählen. Jeder Anführer hat eine einzigartige Fähigkeit. Setze sie ein, um das Schlachtenglück zu deinen Gunsten zu wenden. Anführerkarten, die du nicht besitzt, sind gesperrt und werden freigeschaltet, wenn du sie erlangst. Deine Sammlung. Hier sind alle Karten, die du besitzt und die mit dieser Fraktion verwendet werden können. Karten, die sich derzeit im Kartensatz dieser Fraktion befinden, erscheinen hier. Ein Kartensatz muss aus mindestens 22 Einheitenkarten bestehen. Er kann außerdem bis zu 10 Sonderkarten enthalten. Du kannst auch mehr als 22 Einheitenkarten in deinem Satz haben, verringerst damit allerdings die Wahrscheinlichkeit, deine mächtigsten Karten zu ziehen. Dein Kartensatz benötigt zwei weitere Einheitenkarten, wie von der roten Zahl angezeigt wird. Da steht aber, ich brauche nur eine. Aufwand des vollständigen Kartensatzes. Du musst zwei Einheitenkarten aus deiner Sammlung links in den aktuellen Kartensatz der Fraktion rechts verschieben. Das ist schön, dass jetzt von mir erwartet wird, dass ich irgendwelche Karten von links in der rechts verschiebe, ohne dass sie mir wirklich erklärt haben, wie das Ganze hier funktioniert. Wir haben Detmolz in unserer Fraktion. Und Wes und Siegfried. Ach, cool. Sheila de Tankaville, Sabrina Glevesic, Fürst Stennis, aha. Okay, wenn ich mir das so angucke, ist es erst mal nicht verkehrt, hier nochmal Blaustreifen rüber zu schicken. So. Jetzt kannst du mit Escape das Kartensatzfenster verlassen. Wenn eine Gewindpartie ansteht, beginne sie mit Leertaste oder brich sie mit Escape ab. Hat das Sinn, hier so schwache Karten zu benutzen, wie die hier? Oder sollte ich das lieber gegen so Sachen wie den Drachenjäger von Krynfrid und sowas hier austauschen? Ich pack die einfach mal rein. Sag mal, 25 Karten, 25 Einheitenkarten. 33 Karten gesamt. Das ist wahrscheinlich zu viel, aber da ich bis jetzt noch nicht weiß, wie das Spiel überhaupt funktioniert, mache ich das einfach mal zur Probe. Und dann können wir nochmal gucken, was haben wir denn für Anführerkarten? Volltest, König Temeriens. Es ist natürlich und wunderbar, dass ein Mann seine Schwächster liebt. Anführerfähigkeit, durchsuche deine Nachziehstabe nach extrem dicht daneben und spiele die Karten sofort aus. Und Volltest, Anführer des Nordens, haben wir auch noch. Entferne durch klirrende Kälte, strömende Regen und extrem dicht daneben hervorgerufene Wettereffekte. Ich behalte mal, ich bleibe mal bei dem, den wir gerade gekauft haben, den nehmen wir mal. Aber die Wettereffekte, wenn die entfernt werden, dann werden die für beide entfernt, ja? Ach, ich weiß auch nicht. Haben wir irgendwelche Sky-Retail-Karten, haben wir noch gar nicht weiter. Okay, gut. Haben wir das zumindest schon mal geklärt. Ich bin ja schon mal gespannt, was uns da dann noch so erwartet. Hallo Kat. Ich hab die Katze getötet. Ich wollte mit ihr reden. Ich wollte mit ihr reden und ich hab sie getötet. Scheiße. Es tut mir leid. Oh, Scheiße. Scheiße, das wollte ich nicht. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Ich hab das noch nicht so ganz verinnerlicht, dass das Reden nicht mehr mit der Maustaste passiert, sondern es... Oh, Gott. Die... Alles in Ordnung. Die schläft nur. Die ist nur müde. Oh, nein. Nein. Nein, du sitzt hier so einsam. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Oh. Er kennt sogar den Namen. Ihren Namen hab ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Okay. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter O'Dimm. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt. Auf Gerald von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Herr Ragen, Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht. Schwarz-Weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Der ist jetzt aber schnell verschwunden. Kann ich mit den Bauern trotzdem noch reden? Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Oh, der spielt Wind. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Rieber, ausgebildeter Hexe. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöden. In diesem Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Die Reiterin des Krieges? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ah, nein! Das war nicht der Text, den ich sagen wollte. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Nein. Ähm, ich wollte das hier drücken. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fließt wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Folianz stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass das gerade eine wichtige Information ist? Hm. Ich befürchte, wenn wir ihn wirklich an die Front schicken, würde er drauf gehen. Aber wer sind wir, dass wir uns da einmischen? Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierrad auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Ich muss los, bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gewind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Dialoge Gewind. Durch Optionen, die entsprechend markiert sind, wird eine Gewind-Party gestartet. Ich dachte immer, das heißt Gewind mit E, aber anscheinend wird es ja mit I geschrieben. Äh, ja, ich will wissen, worum es geht. Erklär es mir. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Möchtest du das Gewind-Stutorial begehen? Ja, natürlich möchte ich das. Willkommen bei Gewind. Gewind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, denn wer soll es sonst erfunden haben, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Ich beginne. Zuerst ziehst du zehn Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr, setze diese zehn also klug ein. Einheitenkarte. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Dies ist das Kampfreihen-Symbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Nahkampf, Fernkampf und Belagerung. Manche Einheiten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit dieses ketvenischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus eins zur Stärke. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karten. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu zwei Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Dies ist die Seite deines Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du X drückst. Drücke Eingabe, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal Eingabe, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Und jetzt sind wir am Zug. Geralt von den nördlichen Königreichen gegen seinen Gegner aus dem Kaiserreich Nilfgaard. Okay. Ballista. Wir geben ihnen oft weibliche Namen. Wie Anne? Ja, wie Bertha. Okay. Wenn wir jetzt das Ballista platzieren und in der nächsten Runde dann hier diesen Belagerungsexperten da, dann wird unser Ballista stärker, richtig? Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem die Leertaste gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karte mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Du solltest passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewagen. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Runden Sieger bestimmt. Alle Karten nach dem Startzelt werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf Null zurückgesetzt. Ich will den sehen. Renuat Epp Matzen Man sagt, die Impera feuchtet nichts. Falsch. Vor Renuat macht sie sich in die Husten. Und ist ein Fernkämpfer? Na gut. Captain Belagerungsexperte, du musst den Arm um 5 Grad rekalibrieren. Ich soll was um wie bitte? Äh, raus damit, oder? Den spielen aber nämlich eine Stärke von 8 jetzt. So. Gucken wir nochmal, womit unser Gegner kontert. Mit Cynthia. Damit ist er jetzt stärker als wir. Und ich habe auch nichts um Fernkämpfer zu schwächen. Na gut. Ich gucke gerade, ob irgendwer noch eine Spezialfähigkeit hat, aber ich glaube nicht. Ne. Na gut. Dann spielen wir Kira Mates mal aus. Du blöder Penner. Jetzt konnte er mit einem Nahkämpfer hier. Welche Fähigkeit hat er eigentlich? Ich hätte vielleicht mal nachgucken sollen. Gut, aber einen Nahkämpfer haben wir selber auch. blöderweise nur einen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das auch nur ansatzweise richtig mache, was ich hier mache. Was ist das für eine Fähigkeit hier? Lege diese Karte in meine Karte mit demselben Namen und die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Ein ganz, ganz mieses Gefühl. Das Problem ist, wenn ich jetzt passe, um zu gucken, was er macht, schenke ich ihm quasi die Runde, weil er braucht ja nur noch ein weiteres Ding ausspielen. Aber es ist mir egal. Es ist mir egal, wir gucken jetzt mal. Weil er verbraucht ja auch seine ganzen Karten. Ja, na klar. Jetzt hat er Der runden Verlierer verliert auch einen Lebensedelstein. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler beide Lebensedelsteine verloren hat. Also es ist wirklich sinnvoller, die schwachen Karten gegen die starken auszutauschen. Okay. Das ist gut zu wissen. So, aber er hat jetzt nur noch seine drei Karten, um es mit mir hier aufzunehmen, richtig? Belagungseinheiten habe ich nicht. Also schwächen mich noch einfach mal ein bisschen. Und er passt. Das heißt, wir machen jetzt noch irgendwas Billiges. Ich meine, einen müssen wir ja spielen, ne? Und dann gucken wir, wie die dritte Runde läuft. Die alles entscheidende jetzt. Er hat noch drei Karten, ich habe fünf. Und ich kann seine Nahkämpfer auf Stärke eins setzen. Das ist sehr schön. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit unseren Nahkämpfern an. Okay, er hat noch Bogenschützen. Die kann ich aber überbieten. Mit Sabrina Glebesig, die ja in der Story von The Witcher 2 eine relativ große Rolle gespielt hat. Und es gibt ja keinen Grund, mich hier noch in irgendeiner Kapazität zurückzuhalten mit meinen Einheiten. Alle Wettereffekte sind aufgehoben und er hat keine Karten mehr und das heißt, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Das gefällt mir gut. Okay, ich glaube, ich glaube, in den Grundlagen habe ich das Spiel auch verstanden. Jetzt geht es darum, gute Karten zusammenzustellen. Profitipps. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachtenglück wenden können. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder Karten bei Händlern erwirbst. Ich mag die Musik, die das Spiel, die finde ich richtig toll. Sieh an, du hast dein Händchen für dieses Spiel. Kriege ich eine Belohnung? Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, fragt nach Stiepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gwind spielt er wie keins weiter. Ich denke dran. Danke. Gwind, 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 Gwind. Ich will Gwind spielen. Gwind macht Spaß. Gwind, ein Wunderleitfaden. Ich glaube, das lesen wir gleich mal. Der Foliant in deinen Händen, in Auftrag gegeben vom allergnädigsten Herzog de Berie, bedient sich Magie der geheimsten Sorte, um zu zeigen, welche Gwind-Karten derzeit in der Sammlung fehlen. Du musst die nur öffnen und denken, wie wäre es mit einer Partie Gwind, dann erscheint folgendes. Wählen 47, Novigrad 34, Skellige 28, Königliche Burg Vysima 1, Ker Morhen 1. Anzahl neuer Karten, die noch bei Spielern ohne besonderen Ruf oder außergewöhnliche Fertigkeiten gewonnen werden können. 47. Okay. Es gilt also... Ich muss mal kurz meinen Gewinn-Kartensatz anpassen. Wir haben nämlich Sultan Shiva erhalten. Der kann gleich mal da rechts rüber. So, Finte war... Was macht Finte nochmal? Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder deiner Hand hinzuzufinden. Finte ist, glaube ich, nicht dumm, oder? Finte nehmen wir mit rein. Dafür kommen hier... Lege diese Karte in meine Karte mit dem gleichen Namen, um ihre Stärke zu verdoppeln. Ja, das war aber nicht nötig. Beziehungsweise wir haben die Karte nicht nochmal. Also raus damit. Achso, doch. Wir haben die Karte zweimal drin gehabt. So, wir brauchen mindestens 22 Einheiten Karten. Den Belagerungsexperten, den möchte ich tatsächlich drin lassen, weil der macht ja Plus für Belagerungswaffen. Ich möchte mal fürs nächste... Achso. Wir hatten schon den anderen Herrscher. Im Tutorial hatten wir nur keine wirkliche Auswahl. Ja, am ehesten vielleicht noch Japan raus dann, was? Oder wir lassen es erst mal so. Ich mag Japan. Ich will Japan nicht rausnehmen. Wobei, es wäre einfach sinnvoll, weil dann haben wir insgesamt stärkere Karten. Ach, scheiß drauf. Japan, du bist raus. Du bist raus. So. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir eventuell später in irgendwelchen Gewinnspielen dann noch die Auflage haben, deine Karten dürfen nur eine Stärke von so und so haben oder irgendwie sowas in der Art. Oder deine Karten müssen mindestens eine Stärke von so und so haben, sonst halte ich dich gar nicht für würdig, in irgendeiner Art und Weise mit mir zu kämpfen. Irgendwelche solche Sachen kommen bestimmt noch, könnte ich mir gut vorstellen. Das war es auf jeden Fall erstmal mit The Witcher für heute. Ich bedanke mich bei euch für Zuschauen und ich freue mich schon tierisch auf die nächste Folge und hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Eskel Eskel und Geralt waren in mancherlei Hinsicht wie Brüder. Sie waren gleich alt und kannten sich seit jenen frühen Kindertagen, als sie auf Kermorhen ihre Holzschwerter geschwungen hatten. Sie hatten vieles gemeinsam durchgemacht. Die erste Selektionsrunde, die mörderischen Mutationen, die Kräuterprobe und die Spur, jenen teuflischen Hinderniskurs der Hexer. Außerdem hatten sie mehr als einmal wegen kindischer Streiche ihre Strafe kassiert. Als Erwachsene gingen sie getrennte Wege, verbrachten jedoch fast jeden Winter gemeinsam auf Kermorhen, um das Ende der Kälte abzuwarten, auf ihre Erfolge anzustoßen und gefallener Kollegen zu gedenken. Eskels Ruf hatte zwar nicht den Donnerhall von Geralts Ruf, doch Eskel war so erfahren wie der Weiße Wolf und führte seine Aufträge sorgfältig und effizient aus. Auf seinen Jagden war er dem Tod viele Male um Haaresbreite entrannen. Eine Ironie des Schicksals dann, dass die Narbe auf seinem Gesicht nicht von einer Monsterklaue stammte, sondern von der Klinge Deadra Ademeyens, seines Überraschungskindes. Die Geschichte haben wir ja miterlebt, ganz am Anfang unseres Abenteuers, nicht wahr? das war es, wir haben ein paar создanen, die schäuze war. Da glaube ich, das war es, Klinge. Wo